Hallo, mein Name ist Markus Zyperek, ich bin der musikalische Leiter von 13. Wir haben ja jetzt schon eine ganze Weile Proben hinter uns und es ist für mich als musikalischen Leiter, der eigentlich gewöhnt ist, in, ich sag mal, Erwachsenenproduktionen zu arbeiten, diesmal was ganz anderes. Wir haben, wie das Stück es erfordert, nur jugendliche Darsteller, das heißt, wir haben auch ganz andere Voraussetzungen, auf denen wir aufbauen können und auch müssen, das heißt, die Kids bringen mehr oder weniger Voraussetzungen im gesanglichen Bereich, der mich jetzt betrifft, mit und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass ich sehr individuell mich darauf einstelle, auf jeden Einzelnen, ihn dort abhole, wo er ist, versuche, jeden Einzelnen so weit zu bringen, wie es geht und zum einen, dass es den Kids auch Spaß bringt, aber wir eben auch dem Stück, soweit es geht, gerecht werden. Das ist insofern relativ einfach, dass wir es mit einem ganz tollen Stück zu tun haben, mit dem ich mich sehr gut identifizieren kann, das ist sehr gute Musik, es ist eine sehr schlüssige und gut geschriebene Story und auch die Kinder sich damit sehr gut identifizieren können. Ja, das sind eigentlich die beiden Hauptunterschiede zu sonstigem, also dieses Komplettarbeiten mit Kindern und auch eben gerade diese lange Arbeitsphase, die wir ja jetzt haben. Wir haben jetzt schon sechs Monate geprobt, proben nochmal sechs Monate, jeden Tag wegen der Schule natürlich, aber wir können in dieser ganzen Zeit eine große Entwicklung durchmachen und sind sehr gespannt, wie das jetzt noch weitergeht. Vielen Dank. Vielen Dank.